Skopje ist die Hauptstadt Mazedonins und mit über 530.000 Einwohnern zugleich die größte Stadt des Landes. Etwa ein Viertel der Bevölkerung Mazedonins lebt in der Großstadt. Skopje weist eine mehr als zwei Jahrtausende zurückreichende Besiedlungsgeschichte auf und gehört somit zu den ältesten noch bestehenden Städten des Landes. Die Stadt am Fluss Varda ist sowohl Sitz des Parlamentes als auch der Regierung. Sie ist ebenso das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des Landes, orthodoxer Bischofssitz und Sitz des Großmufti. Geografie Die geografische Lage des Makedonia-Platzes im Stadtzentrum ist ein 40 Grad 59 Minuten 45 Sekunden nördlicher Breite und ein 20 Grad 25 Minuten 53 Sekunden östlicher Länge. Die größte Ausdehnung des Stadtgebiets in Ost-West-Richtung beträgt rund 33 Kilometer, in Nord-Süd-Richtung etwa 10 Kilometer. Die Stadt hat eine Fläche von 210 Quadratkilometern. Skopje liegt im Norden der Republik Mazedonien, etwa 18 Kilometer südlich der Grenze zum Kosovo. Von Westen nach Osten durchfließt der Fluss Varda. Im Varda-Stadtgebiet im Süden erhebt sich der Hausberg Votno. Die Stadt gibt dem Becken von Skopje seinen Namen, welches Skopje und zahlreiche andere Gemeinden umfasst. Zum Osten hin öffnet sich diese Hochlandschaft und geht in das breite und fruchtbare Teil des Varda über, welches Mazedonien von Nordwesten nach Südosten durchzieht. Die Entfernungen von Skopje zu den Hauptstädten der Nachbarländer Mazedoniens werden in der nachfolgenden Tabelle veranschaulicht. Mazedonien liegt in einer seismologisch äußerst aktiven Region zwischen der Eurasischen und der Afrikanischen Platte. Die genaue Grenze ist unklar, da die Eurasische Platte in diesem Gebiet in mehrere kleinere Platten zerfällt. Hier ist vor allem die Apulische Platte zu nennen, die Italien und das Sinaiische Gebirge umfasst. Skopje liegt grob betrachtet in einer geologischen Übergangszone zwischen dem Dinarischen Gebirge im Nordwesten und den Rhodopen im Osten. Dieser tektonische Graben wird Moravavada-Furche genannt und ist von zahlreichen tektonischen Störungen und Aktivitäten geprägt. Wovon unter anderem die drei Erdbeben in der Stadtgeschichte zeugen, dass von Gebirgen umringte Becken von Skopje hat eine Fläche von 2100 Quadratkilometer. Der beim 90 Kilometer entfernten Gostiwa entspringende Fluss Vada fließt durch die Stadt und wird im Sommer von Bade- und Schwimmgästen benutzt. Zahlreiche Meander und Brücken, darunter die bekannte Kamenmos, prägen das Flussbild. Neben dem Vada gibt es noch weitere kleinere Flüsse, die allesamt in den Vada münden. Zu den wichtigsten zählt die Treska, die im Westen der Stadt beim Krankenhaus Svetila-Sah in den Vada mündet. In seinem Oberlauf wird der Fluss zum Matka-See gestaut, der als neuntgrößter See Mazedoniens gilt. Mit seinen vielen Hüllen und den tiefen Canyons zählt der See als Naturattraktion für Touristen. Der Lepeneck entspringt in der Nähe der kossofarischen Stadt Pritzren und mündet nach 75 Kilometern im Stadtviertel Slokokani im Westen der Stadt. Innerhalb des Bezirks Kapus in den Vada. Er ist der drittlängste Fluss in Skopje. Die Obstina der Stadt Skopje gliedert sich seit der Reform des gesamten mazedonischen Verwaltungssystems von 2004 in zehn Stadtbezirke, die je einen eigenen Bürgermeister, einen Rat, ein Wappen, eine Flagge und über politische Kompetenzen verfügen. Ein besonderes Merkmal dieser Obstini ist, dass sie oft nicht nur Stadtteile von Skopje umfassen, sondern auch andere Ortschaften außerhalb des urbanen Raumes der Hauptstadt. In der Umgebung von Skopje herrscht meist ein Übergangsklima von Kontinental zum Mediterran. Die Winter sind niederschlagsreich und kalt, die Sommer niederschlagsam und warm. Durch gestaute Hitze im Becken von Skopje ist es hier jedoch weitaus wärmer als im Rest des Landes. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 12,1 Grad Celsius und die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge etwa 504 Millimeter. Die wärmsten Monate sind der Juli und der August mit 22,3 Grad Celsius im Mittel, der kälteste der Januar mit durchschnittlich 0,2 Grad Celsius. Der meiste Niederschlag fällt im Monat Mai mit 60 Millimeter im Mittel, der geringste im August und September mit 27 bzw. 36 Millimeter. Bevölkerung Skopje ist, bezogen auf Einwohner und Fläche, die größte Stadt Mazedoniens. Rund ein Drittel der Landesbevölkerung ist in der Stadt am Vada wohnhaft. Verschiedene Ethnien, Sprachen und Religionen kennzeichnen die Bevölkerungsstruktur. Im Jahr 2002 war die letzte Volkszählung Mazedoniens, damals zählte die Gemeinde der Stadt Skopje 506.926 Einwohner. Etwa 2,52% davon oder 12.774 Personen waren Analphabeten und rund 28,46% bzw. 144.271 Personen waren arbeitslos. Wie in großen Teilen des Landes leben auch in Skopje verschiedene Ethnien miteinander. Für 2002 bezeichneten sich von den 506.926 Einwohnern 338.358 als ethnische Mazedonier, 103.891 als Albaner, 23.475 als Roma, 14.298 als Serben. 8.595 als Türken, 7.585 als Bosniaken, 2.557 als Aromunen und 8.167 gaben eine andere Volksgruppe an. Die Sprachen mit den meisten Muttersprachlern waren 2002 Mazedonisch, Albanisch, Romanie, Serbisch, Türkisch, Bosnisch, Aromunisch, Meglenoromanisch, Montenegrinisch, Bulgarisch und in sehr kleiner Zahl auch Hebräisch. Die Religionen mit den meisten Anhängern sind das orthodoxe Christentum und der Islam sunnetischer Ausprägung. Daneben gibt es eine Minderheit an Katholiken, Protestanten, Reformierten und auch wenige Juden. Die orthodoxen Mazedonier sind größtenteils in der mazedonisch-orthodoxen Kirche organisiert, deren Metropolit in Skopje residiert. Auch wenn sich der Bischofssitz nominell in Orit befindet. Ein Großteil der muslimischen Albaner gehört der islamisch-gläubigen Vereinigung in der Republik Mazedonien an. Der Großmufti Mazedoniens hat seinen Sitz in der Hauptstadt-Persönlichkeiten-Geschichte. Von den Römern gegründet wurde der Ort lateinisch Skopje genannt. Daraus abgeleitet sind alle weiteren, später entstandenen Stadtbezeichnungen in den verschiedenen Sprachen. Mazedonisch, Albanisch Skopje bzw. Skup, türkische Skup, bulgarisch und serbisch. In osmanischer Herrschaftszeit war auch die Form Skup gebräuchlich. Entstehung von Skupje Die frühesten Spuren menschlicher Besiedlung im Raum Skopje wurden innerhalb der Festung Kalle gefunden. Sie datieren aus der Jungsteinzeit und sind über 6000 Jahre alt. Die von Archäologen zutage gebrachte Siedlung ist von einem noch unbekanntem Volk gegründet worden, das von der Jungsteinzeit bis zur frühen Bronzezeit über einige Jahrhunderte in der Region lebte. Die ersten bekannten Siedler in der Umgebung von Skopje waren die Triballer, die zu den Treckern gehörten. Nach ihnen kamen die Päonier, doch im dritte Jahrhundert vor Christus konnten die Dardaner, ein illyrischer Stamm, das Gebiet besetzen und sie gründeten ein großes Königreich, das von der Skupje genannten Siedlung über Nessus im Norden bis hin zu den albanischen Alpen im Westen reichte. Die Dardaner erklärten im 2. Jahrhundert vor Christus Skopje zu ihrer Hauptstadt und dehnten ihr Reich bis nach Beileisora im Süden aus. Die Römer eroberten im Zuge der makedonisch-römischen Kriege 168 vor Christus auch das Reich der Dardaner. Doch jahrzehntelang konnten sie ihre Herrschaft in Makedonien und Illyrien nur spärlich durchsetzen. Der römische Kaiser Domitian siedelte zu Beginn seiner Herrschaft Veteran der Legionen Italica, 3 Augusta i. V. Mazedonica, V. Mazedonica, V. Alaudi, 4 Flavie und 7 Claudia in der einem Militärlager ähnelnden Siedlung Skopje an. Der Ort erlangte 86 n. Chr. den Status einer Kolonia und wurde auch Kolonia Flavie Aelia Skopje genannt. Das römische Skopje, die archäologischen Ausgrabungsarbeiten in der antiken Städte Skopje begannen zwischen den beiden Weltkriegen und förderten 1925 eine frühchristliche Basilika zutage. Später folgte das wohl wichtigste Bauwerk, ein römisches Theater. Das Stadtmuseum Skopje begann 1966 erstmals mit der Restaurierung verschiedener Ruinen. 2008 fanden Archäologen eine 1,7 Meter hohe Venusstatue. Insgesamt wurden bisher über 23.000 Objekte gefunden. Zu den ausgegrabenen Gebäuden von Skopje zählen der Aquädukt, einige Thermen, einzelne Stadthäuser und das Theater. Mit Ausnahme des Theaters, das verfallen ist, können alle Gebäude besichtigt werden. Der archäologisch Fundplatz Skopje befindet sich etwa 4 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums auf der anderen Seite des Vardar. Die nächsten Jahrhunderte waren für die kleine Stadt sehr wechselvoll. Im Jahr 518 zerstörte ein Erdbeben die gesamte Stadt. Der oströmische Kaiser Justinian I. ließ sie jedoch wieder aufbauen. Es verging nicht einmal 100 Jahre. Als im Winter 594, 95. im Zuge der Landnahme der Slaven auf dem Balkan Stämme der Slaven die Stadt dem Erdboden gleichmachten. Das Mittelalter zwischen dem Einfall der Slaven bis zur Eroberung durch die Osmanen im 14. Jahrhundert war von blutigen Machtkämpfen zwischen regionalen Mächten, allen voran den Byzantinern und Bulgaren, geprägt. Im 9. Jahrhundert schlossen Letztere die Stadt dem Ersten Bulgarischen Reich an und konnten sich für einige Jahrzehnte behaupten. Durch die Christianisierung Bulgariens wurde sie zudem Bischofssitz. Zaroman erklärte im Jahr 980 Skopje für kurze Zeit zur bulgarischen Hauptstadt und Sitz des bulgarischen Patriarchen. Im Jahr 1004 kam es im Umland von Skopje zu einer großen Schlacht zwischen Byzantinern und Bulgaren. Nach dem Fall des Ersten Bulgarischen Reiches 1018 eroberten die Byzantiner die Stadt und erklärten sie zum Hauptort des byzantinischen Themas. Bulgarier Die Herrschaft von Byzants währte allerdings nicht lange und führte zur Stärkung der lokalen Bulgaren. Schon im 12. Jahrhundert konnten die Bulgaren nach einem Aufstand Skopje zurückerobern und sie ihrem Zweiten Reich angliedern. Der Boljar von Skopje Konstantin Tütschassen wurde im bulgarischen Bürgerkrieg zum bulgarischen Zar ernannt und die Region um Skopje wurde in der Folge direkt den bulgarischen Zaren unterstellt. Im Jahr 1282 entriss der serbische Nehmann-Ginn-König Milutin die Stadt den Bulgaren. Skopje entwickelte sich zur neuen Residenzstadt der serbischen Herrscher-Dynastien. Am 16. April 1346 ließen sich König Stefan Uros IV. Duschan und seine Ehegattin in Skopje vom bulgarischen Patriarchen Simeon und vom Erzbischof Nikolai von Orit zum Zar bzw. Zaren der Serben Krönen. Zudem erhob er das Oberhaupt der serbischen Kirche Joannikije II. zum ersten serbischen Patriarchen. Osmanische Zeit Am 19. Januar 1392 geriet Skopje für mehr als 500 Jahre unter osmanische Herrschaft. Wie der jugoslawische Orientalist Hassan Kaleshi berichtet, hieß der erste osmanische in Skopje ansässige Maggraf Passayibai, welcher vielleicht um 1397 den ältesten islamischen Bau der Stadt, die Meda Baba Moschee, erbauen ließ. Ihm folgte sein Adoptivsohn Aishekbay, der eine Hospiz errichtete und weiters eine Madrasa samt Bibliothek stiftete. Zum Unterhalt seiner gemeinschaftlichen Einrichtungen legte Aishekbay in seiner Wakefield die Einkünfte von zwei Hammans, 102 Läden und zwei Hahnen sowie die Erträge zweier Dörfer und von sieben Landkomplexen einschließlich Äcker und Gärten aus dem Umland fest. Er selbst wurde später im Hofe der bunten Moschee begraben, allerdings nicht wie oft vorgegeben. Im hinter der Moschee befindlichen überkuppelten Grabturm, der aus stilistischen Gründen in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert werden muss. Zur Mitte des 15. Jahrhunderts hatte Iskup 5145 steuerrechtlich erfasste Einwohner. Davon waren 3330 Muslime, hauptsächlich aus Kleinasien stammende Türken und 1815 Christen. Da für Besteuerungszwecke die ethnische Zugehörigkeit der Christen unbedeutend war, wurde sie nicht festgehalten. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass sie eine südslawische Sprache, Griechisch und oder Albanisch sprachen. Der größere Teil der Bevölkerung war im Gewerbe tätig. Ein wirtschaftlicher Aufschwung trat in Skopje im 16. Jahrhundert ein. Er wurde begünstigt durch die Lage der Stadt am Knotenpunkt der Handelsrouten von Edirne nach Sarai-Bosnau und von Selanik nach Belgrad. Durch das Osmanische Protektorat über Dubrovnik und die Ankunft von sefadischen Juden. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts hatte die Stadt mehr als 10.000 Einwohner, die in rund 80 verschiedenen Berufszweigen tätig waren. Eine Synagoge wurde in Skopje erstmals 1361 errichtet. Um 1515 ereignete sich wieder ein schweres Erdbeben. Eine für die hochosmanische Zeit bedeutende ausführliche Beschreibungskopjes. Drei Jahrzehnte vor der Imbrandsetzungskopjes durch den habsburgischen General Giovanni Norbertopi Kolomini im Jahre 1689, findet sich im Reisebuch des osmanischen Reisenden Evliya Celebi. Er beschrieb die Stadt als eine gewaltige Siedlung, welche sich auf beiden Seiten des Vardas erstreckte. Über der Stadt lag die Zitadelle mit etwa 100 Mannschaftshäusern, Vorratshäusern und Zeughäusern. Die etwa 1060 Steinhäuser prägten mit ihren roten Ziegeln das Stadtbild. Weiter gab es in dieser Zeit neun Koranleseschulen, welche den Moscheen angeschlossen waren, 20 Derwischklöster, ein Mühle-Wiekloster und 70 Schulen. In Nysküb war im Jahre 1660 Evliya Zeuge des regen wirtschaftlichen Lebens in den über 2100 Kaufläden in den mehreren Basaren geworden. Zur Bevölkerungsstruktur vermerkt er, dass es in der Stadt neben den Muslimen auch Einwohner armenischer, bulgarischer, serbischer und jüdischer Herkunft gebe, welche ihre eigenen Gotteshäuser besaßen. Auch eine Vielzahl von Katholiken lebte in der Stadt, welche jedoch ihren Gottesdienst in den serbischen Kirchen abhielten. Die Entwicklungskopjes wurde abrupt unterbrochen. Als im Großen Türkenkrieg österreichische Truppen unter General Giovanni Norberto Picolomini bis nach Mazedonien vordrangen. Am 25. Oktober 1689 nahm seine Armee die Stadt ohne große Kämpfe ein, weil die osmanische Streitmacht und viele Einwohner den Ort verlassen hatten. Picolomini befahl, Skopje in Ida zu brennen, was am 26. und 27. Oktober geschah. Angeblich sollte der Ausbreitung von Cholera vorgebeugt werden. Der Brand zerstörte viele Häuser und Geschäfte. Das jüdische Viertel wurde am schlimmsten getroffen. Die meisten Wohnhäuser, zwei Synagogen und die jüdische Schule wurden vom Feuer vernichtet. Spätosmanische Zeit, die Stadt erholte sich nur langsam von dem Brand. Die auf diese Zerstörung im Jahre 1689 folgenden 100 Jahre der Geschichte Skopjes liegen weitgehend im Dunkeln. Ein paar vereinzelte Quellen berichten von der Reparatur der Moschee Sultan Muratz II, die 1712, also 23 Jahre nach dem Brand, unternommen wurde. Ein osmanischer Plan des Stadtteils um die genannte Moschee lässt erkennen, dass zu diesem Zeitpunkt noch die meisten der dort befindlichen Gebäude zerstört waren. Reisende, die Üsküb gegen Ende des 18. oder Beginn des 19. Jahrhunderts besuchten, berichten übereinstimmend von etwa 5000 bis 6000 Einwohnern. Gegenüber 40,000 bis 60,000 Einwohnern vor dem Brand oder auch 1500 Häusern, die recht klein waren und schmutzige Straßen säumten. Auch Skopje kam im 19. Jahrhundert in die Wirren des Nationalismus auf dem Balkan. 1844 organisierten Albaner einen Aufstand gegen das Osmanische Reich. Sie protestierten gegen die ihnen aufverlegten, zu hohen Steuern und der Politik der Zentralisierung. Nach der Zerschlagung des Aufstandes wurden viele albanische Einwohner nach Kleinasien inhaftiert oder verbannt. Ein Aufschwung setzte im Laufe des 19. Jahrhunderts ein, nicht zuletzt durch den vom spätosmanischen Staat vorangetriebenen Bau von Eisenbahnverbindungen, verbunden mit dem Zuzug nicht-muslimischer Bevölkerung. Ab 1873 war Skopje durch eine Eisenbahnlinie entlang des Wada verbunden mit Thessaloniki, 1888 auch mit den serbischen Bahnstrecken. So war die Stadt von nun an über Belgrad direkt mit Mitteleuropa verbunden. In den 1890er Jahren folgten Verbindungen nach Petola und Istanbul. Skopje war Hauptort eines Santscheks und ab 1888 Hauptstadt der osmanischen Provinz Kosovo. In dieser Zeit wurde Skopje zur drittgrößten Stadt Makedoniens nach Thessaloniki und Petola. So hatte Skopje um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert 30,000 bis 40,000 Einwohner. Primär eine Folge des Zuzugs slavischer Christen aus dem bäuerlichen Umländ, die der Stadt erstmals seit dem 15. Jahrhundert erneut eine nicht-muslimische Bevölkerungsmehrheit bescherte. Im Kampf für eine vom griechisch geprägten ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel unabhängige bulgarische Kirche Hier wurde in den 1830er Jahren mehrmals der griechische Bischof vertrieben und die Entsendung eines bulgarischen Bischofs gefordert. Der Konflikt spitze sich zu, als in dieser Zeit die bulgarische Gemeinde Skopjes die Muttergotteskirche und eine dazugehörige Klosterschule stiftete. Erstere wurde vom Baumeister Andreea Damjanov erbaut. Das Projekt hatten die mittlerweile gelockerten osmanischen Baugesetze ermöglicht, die einst den Neubau bzw. die Renovierung christlicher Kirchen eingeschränkt hatten. Um 1850 erfolgte die Umstellung der Schule nach dem Lancaster-System und 1895 zur bulgarischen Pädagogischen Schule. Gemäß dem vom Sultan Abdülaussis am 28. Februar 1870 Erlassenen vermahnt zur Errichtung des bulgarischen Exarchats wurde 1874 nach einem Plebiszit der slavischen Bevölkerung mit Dorothee von Skopje der erste bulgarische Bischof der Epachie Skopje eingesetzt, der sich schließlich dem bulgarischen Exarchat unterstellte. Das 20. Jahrhundert, zwei Jahre nach der Jungtürkischen Revolution, führten die Jungtürken 1910 im ganzen Osmanischen Reich eine Volkszählung durch. Demnach war die jüdische Gemeinde mit 2327 Personen vertreten. Im Sommer wurde Skopje von 30.000 albanischen Aufständischen eingenommen, die von Isar Boletini angeführt wurden und gegen die Politik des Osmanischen Reiches vorging. In den Balkankriegen wurde Skopje am 25. Oktober 1912 durch die serbischen Streitkräfte erobert und geriet unter die Herrschaft von Belgrad. Die serbischen Truppen richteten ein regelrechtes Blutbad in der Stadt an. Albanische und türkische Häuser wurden in Brand gesetzt, Menschen wurden geköpft und ihre Leichen in den Straßen aufgestappelt. Laut einem Bericht von Leo Trotzki wurden nicht nur Männer, sondern auch hunderte von Kindern und Frauen lebendig in Brand gesetzt. Durch die neue Grenzziehung nach den Balkankriegen 1912 und 1913 als Betola zur Grenzstadt mit Griechenland wurde, begann der Aufstiegskopje zum unumstrittenen Zentrum Südsorbiens. Während des Ersten Weltkrieges wurde sie am 10. Oktober 1915 von bulgarischen Truppen eingenommen. Dabei zündeten die Serben bei ihrem Abzug den nördlichen Teil der Stadt an, was große Schäden an historischen Bauwerken verursachte. 1918 wurde Skopje von Serbien zurückerobert und gehörte wie auch das ganze heutige Mazedonien danach zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenien. Das 1929 in Königreich Jugoslawien umbenannt wurde und im gleichen Jahr Skopje zur Hauptstadt der neu errichteten Vadas Karbanovina machte. Im Zweiten Weltkrieg wurde Skopje von 1941 bis 1944 erneut von bulgarischen Soldaten und Kämpfern der VMRO besetzt und am 2. August 1944 zur Hauptstadt der Neuen Sozialistischen Republik Mazedonien erklärt, die eine Teilrepublik des kommunistischen Jugoslawiens stellte. Um 5.17. des 26. Juli 1963 ereignete sich ein schweres Erdbeben, das in die Geschichtsbücher einging. An diesem Tag bebte die Erde und die Katastrophe forderte 1070 Todesopfer. Rund 75% der Einwohner verloren ihr Obdach und 3300 Personen erlitten schwere Verletzungen. Nahezu die ganze Altstadt wurde dem Erdboden gleich gemacht. Die Erschütterungen konnten über das ganze Land und auch im angrenzenden Kosovo und Serbien gespürt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über einer Milliarde US-Dollar. Mit internationaler Hilfe wurde Skopje in den nächsten Jahren wieder aufgebaut. Der japanische Architekt Kenzo Tange entwickelte für die Stadt am Wada einen Masterplan. Seit 1991 ist Skopje die Hauptstadt der Unabhängigen Republik Mazedonien. Während des Kosovo-Kriegs nahmen die Stadtbehörden Tausende von Flüchtlingen aus dem benachbarten Kosovo auf. Nur einige Kilometer nordöstlich von Skopje bei Aroazinovo fanden während des albanischen Aufstands 2001 blutige Kämpfe zwischen der mazedonischen UCK und der staatlichen Polizeistadt. Anfang 2016 kam es zu einem Konflikt um die Errichtung eines überdimensionalen Kreuzes. Einwohnerentwicklung Die Stadt erlebte in ihrer Geschichte zwei wesentliche Bevölkerungsschübe. Das erste große Bevölkerungswachstum konnte in der osmanischen oder genauer in der hochosmanischen Zeit verzeichnet werden. Zu diesen Jahrzehnten wuchs Skopje zu einer überregional wichtigen Handelsstadt mit 40.000 bis 60.000 Einwohnern heran. Der zweite Bevölkerungsschub setzte während der jugoslawischen Ära ein, als in der Stadt große Investitionen in Industrie und Infrastruktur vorgenommen wurden. Die blühende Wirtschaftsstadt zog viele Menschen aus ganz Mazedonien an, die auf der Suche nach Arbeit waren. In der letzten jugoslawischen Volkszählung von 1981 wurden für Skopje 408.143 Personen registriert. Seitdem hat die Stadtbevölkerung um etwa ein Viertel zugenommen. Bei der Volkszählung 2002 wurden 506.926 Einwohner erfasst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017